Windkraft, Strom aus Wind. Der Windpark Carverna in Bulgarien. Eine Investition in die Zukunft. Ertragreich und sicher. Realisiert von den Unternehmen Universum Energy und Enercon. Um die Versorgung mit Strom jetzt und in Zukunft nachhaltig zu sichern, gewinnen alternative Energiequellen immer mehr an Bedeutung. Besonders Energiequellen, die unerschöpflich und kostenlos zur Verfügung stehen. Allem voran die Windenergie. In Westeuropa bereits eine Erfolgsgeschichte. Hier konnte zwischen 1990 und dem Jahr 2000 der Anteil der Windenergie an der Stromerzeugung aus Biomasse um 79% gesteigert werden. Tendenz weiter steigend. Dank staatlicher Subventionen und EU-Richtlinien. Bulgarien hat sich ebenfalls für den Weg nach westeuropäischem Vorbild entschieden. Und plant für 2005 den Einstieg in die Stromerzeugung aus Wind. Genau auf diesen Zeitpunkt hat das deutsch-bulgarische Unternehmen Universum Energy hingearbeitet, um einen der ersten Windparks in Bulgarien zu realisieren. Ein hervorragender Standort, ausgereifte Windkrafttechnik sowie Erfahrung und Know-how treffen auf ideale politische Rahmenbedingungen. Größe und Lage des Windparks wurden sorgfältig gewählt. 200 Hektar östlich der Stadt Carverna. Fachexperten sehen in diesem Gebiet den idealen Standort für einen Windpark. Das Gebiet ist dünn besiedelt und touristisch nicht genutzt. Darüber hinaus herrscht ein gleichbleibend hohes Windangebot in 65 Meter Höhe mit außergewöhnlichen 7,5 Metern in der Sekunde. Dies bedeutet 70% mehr Windaufkommen als der normale Durchschnitt. Ein eigenes Umspannwerk wird vor Ort gebaut. Zudem verläuft in der Nähe des Standorts eine 110-Kilovolt-Leitung, durch die der Windstrom kostengünstig abtransportiert werden kann. Der Ausbau des Straßennetzes ist ebenfalls bestens für den Betrieb eines Windparks geeignet. Die Umsetzung des Windparks erfolgt in zwei Schritten. Stufe 1 umfasst zwölf Windanlagen, was einer Investition in Höhe von 28 Millionen Euro entspricht. In der zweiten Ausbaustufe kommen 20 weitere Windanlagen hinzu. Diese Investition beläuft sich auf 47 Millionen Euro. Gesamtinvestitionsvolumen 75 Millionen Euro. Die Technik liefert der deutsche Kooperationspartner Enercon, Weltmarktführer beim Bau von Windkraftanlagen und einer der beiden weltweit einzigen Hersteller, die von den Banken ohne Vorbedingungen als Lieferant akzeptiert werden. Mehr als 7300 Windenergieanlagen wurden von Enercon bisher gebaut. Ein Drittel davon für internationale Projekte. Im Windpark Carverne kommt die Anlage E70E4 zum Einsatz. Die technisch modernste und effizienteste Windkraftanlage der 2 Megawatt-Klasse. Die Anlage funktioniert ohne Getriebe. Dies gewährleistet eine lange Lauffähigkeit, denn Verschleiß und Reparaturen werden auf ein Minimum reduziert. Zudem ist eine hohe Umweltverträglichkeit garantiert. E70E4 wurde speziell für Starkwindgebiete wie Carverne entwickelt. Das heißt, auch bei Windspitzen von mehr als 25 Metern pro Sekunde bleibt die Anlage in Betrieb. Dank neu entwickelter Rotorenblätter können 15 Prozent höhere Energieerträge erzielt werden. Pro Jahr werden von den 32 Anlagen des Carverne Windparks 198.752 Megawattstunden Strom erzeugt. So viel, um eine mittlere Großstadt mit 180.000 Einwohnern ein Jahr mit sauberer elektrischer Energie zu versorgen. Die gesamte vom Carverne Windpark produzierte Energie wird von der Nationalen Elektrischen Gesellschaft abgenommen. Und zwar zu einem garantierten Vorzugspreis von umgerechnet 6,15 Eurocent pro Kilowattstunde. Dies wurde im Erneuerbare-Energien-Gesetz festgeschrieben, das von der bulgarischen Regierung nach deutschem Vorbild geschaffen wurde. Im Zuge der für 2007 anvisierten Aufnahme in die EU wird dieser garantierte Abnahmepreis dem westeuropäischen Markt angepasst und dementsprechend steigen. Bei 198.752 Megawattstunden Windertrag und einem garantierten Abnahmepreis von 6,15 Eurocent pro Kilowattstunde ergibt sich ein Jahresumsatz des Carverne Windparks von 12.223.248 Euro. Demnach wird sich die Investitionssumme von 75 Millionen Euro innerhalb von sieben Jahren amortisiert haben. Somit stellt eine Investition in den Carverne Windpark nicht nur eine ökologisch sinnvolle, sondern vor allem eine äußerst lukrative Anlagemöglichkeit dar. Mit einer Beteiligung am Carverne Windpark profitieren die Investoren doppelt. Dank einer Kombination aus Steuerwirkung und laufenden Ausschüttungen. Dass sich die Investition durch eine hervorragende Rentabilität auszeichnet, ist zudem Ergebnis der ganz besonderen Unternehmensstruktur. Universum Energy ist ein deutsch-bulgarisches Unternehmen, das über fundiertes Know-how aus deutschen Windkraftprojekten verfügt und darüber hinaus fest im bulgarischen Wirtschaftsleben etabliert ist. Sie wünschen mehr Informationen? Dann sprechen Sie uns an. Gerne informieren wir Sie über die einzelnen Beteiligungsmöglichkeiten.